So, was haben wir denn in Alien-Safe, Morph und Rap-Lies wieder drinnen? He, ihr klopft. Eigentlich gar nicht. Ach, die sind auch wieder drinnen. Die kommen jetzt öfters rein. Die werden öfters reinkommen als sonst. Die kommen öfters rein, ey. Die sind schon auch nice, mit den Lackierungen da drauf. Das ist die aktuelle da von diesem Skelett-King da. Wow, das sieht nicht schlecht aus. Dann können wir das Ganze natürlich auch auf die Klinge machen. Hoffentlich ein Rücken ist das was. Die sehen nicht gut aus. Aber die Lackierung, die man da bekommt, hier dieses Bernstein-Scan-Programm. Aber es sieht ein bisschen aus wie Bernstein. Sieht schon sehr nice aus. Brotowelle. Sieht sehr nice aus, muss ich schon sagen. Krass, es wird da auch noch so Silber. Geschlossener Stromkreis. Jupp, geht klar. Krass, aber man kriegt schon gute drei schöne Lackierungen dabei. Also, da kann man nicht meckern. Das ist schon sehr nice mit dem Paket. Ach, die sind dann zwei Lackierungen da, sind dabei. Und die andere Lackierung ist nur bei diesem Paket dabei. Oh, die ganzen Lackierungen sind wieder drin. Ich weiß nicht, glaube ich überspringen das wieder. Weil es ist jetzt wieder sehr, 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 sehr viel. Fast 0 pro Minute Strahlen. Oh Gott, da ist dieser Bernstein. Hier kriegt man drei Lackierungen in einem. Ich glaube, man kann die auch... Ne, man kann die auch nicht gleichzeitig eins davon auswählen. Man muss sich direkt das Ding da wollen. Hier sind viele Lackierungen. Abstrakt. Aha. Ist auch wieder drin. Graffiti-Roller. Graffiti-Kunst. Ge-Witter. Sturmblitz. Und Sturmaugel. Turbulenz. so jetzt sind die noch ich habe gesehen eigentlich eigentlich ein paket mit musik aber es ist einfach nicht drin ich muss schon sagen also ich bin hin und weg von dieses kinder sieht einfach aber aus klar ich dachte jetzt wäre ewig aber diese seltenheit ist nicht so wirklich sieht einfach nur ich finde den einfach genial so der big hex ist ewig was mich ein wundert aber sei es drum ist geil ist gut die lackierung ja gut vielleicht jetzt nicht für jeden mann würde mir jetzt auch nicht so hardcore gefallen aber man nimmt es mit dann natürlich wenn es nicht anders geht ja die noch mal bleiben jetzt wohl auch noch ein bisschen drin oder wer weiß ob die morgen schon raus sind ist das laut vielleicht soll das so eine art rennwagen darstellen also sound her die ist ja rettenfahrerin eigentlich wenn ich den rennenanzug so ansehe das geht wird dass der rennen brennauto darstellen also der im mod ist nicht schlecht muss ich schon sagen kann man auf jeden fall mitnehmen die lackierung ja ich weiß nicht diese jetzt nicht so wirklich weiß aus naja nicht wirklich ok dann gehen wir mal zu den täglichen gucken was neu ist der nasch zahnswerterin glaubt der war jetzt wie lange war der jetzt wieder nicht so gut ist das das ist ja gar nicht so gut mit allen... oder was? Ne, das war seit 37 Tagen nicht mehr drin. Boah, ich erkenne das ja kaum. Irgendeins dabei, was nicht besonders lange mehr drin war. Ne, von den Lackierungen nicht. Na, ich hatte das eine Nase. Der Flop war aber auch letztens wieder drin, da ist jetzt langweilig er jetzt nicht drin. Vor einem Monat war er das letzte Mal drin. Wie lange war die denn nicht mehr drin? Ah da haben wir was, da haben wir doch was. Ok die war vom Monat das letzte Mal drin. Oh Rebell ist ja drin. Rebell war seit 40 Tagen nicht mehr drin, ok. Kompinesse. Seit Monaten nicht mehr drin. Flanger der Fourfoods. Moment mal wie lange war die nicht mehr drin? Oh die war seit 472 Tagen nicht mehr drin. Jawoll. Disco Trubel. Ich meine es war auch länger Zeit nicht mehr drin. Warte? Ja seit 547 Tagen. Jawoll. Ja mein. Knacks. Weiß gar nicht, sollte das nicht einfach zum... Ne. Weiß gar nicht, sollte das nicht zum Weihnachts... Deko oder so? Ne. Das war seit 73 Tagen nicht mehr drin. Also die beiden Pick Eggs sind auf jeden Fall das Highlight von heute. Weil die so lange nicht mehr drin waren. Spinnpaket ist noch drin. Okay dann ist dieses Paket wahrscheinlich noch bis Dienstag drin. Ja. Ich bin gar nicht mehr drin. Hier ist das mal drauf. İ Cha.